Nummer 5. Ein sehr bequemes, oval geformtes Baumwollbett, das ihrer Katze einen sicheren Hafen zum Ausruhen bietet. Es ist sehr leicht und kann überall hin mitgenommen werden. Der Boden ist wasserdicht und sorgt somit für ausreichende Hygiene, um die Gesundheit ihres Haustieres zu gewährleisten. Es kann bequem in der Waschmaschine gewaschen werden. Es besteht keine Gefahr, dass es durch Wasser verformt wird. Es ist wichtig, dass sie es vor der Verwendung gut trocknen lassen. Den Link mit dem Preis für dieses Produkt finden Sie unten in der Videobeschreibung. Nummer 4. Ein super weicher, runder Donut, in dem sich ihre Katze zusammenrollen oder die erhöhten Kanten zum Ausruhen des Kopfes nutzen kann. Dank der tiefen Schlitze kann er sogar Spaß beim Graben haben, ohne Schaden anzurichten. Er ist in verschiedenen Farben erhältlich, so dass er perfekt zu den Möbeln in dem Raum passt, in dem Sie ihn aufstellen werden. Wenn Sie an diesem Produkt interessiert sind oder den Preis wissen wollen, klicken Sie auf den Link in der Beschreibung. Nummer 3. Ein schöner und praktischer Zwinger, der Ihre Katze oder Ihren Hund beherbergen kann. Er besteht aus einem sehr widerstandsfähigen Material und ist zudem sehr einladend. Im Inneren finden Sie ein bequemes Kissen, das zum Waschen herausgenommen werden kann, so dass Sie absolute Sauberkeit und Hygiene für Ihr Haustier garantieren können. Mit seiner leicht diagonalen Öffnung ist er ein perfektes Versteck, falls Ihr Kätzchen eine Weile allein sein möchte. Am Ende der Videobeschreibung finden Sie den Link zum Produkt auf Amazon. Nummer 2. Ein außergewöhnliches Katzenbett aus Wildleder mit einer gepolsterten Seite und zusätzlicher Unterstützung für Kopf, Nacken und Rücken Ihres Haustiers. Die gepolsterten Matten können zur einfachen Reinigung auch herausgenommen werden. Das Kissen kann umgedreht werden, so dass es beidseitig verwendet werden kann. Dank seiner Leichtigkeit wird es sehr praktisch zu tragen sein, falls Sie Ihre Katze mit in den Urlaub nehmen wollen. Der Preis für diesen Artikel kann über den Link in der Beschreibung gefunden werden. Nummer 1. Ein besonders komfortabler Zwinger, ausgestattet mit einem bequemen Kissen im Inneren und auf der Oberseite, der es der Katze ermöglicht, isoliert zu bleiben, wenn sie es wünscht, oder die Gesellschaft der Menschen um sie herum zu genießen. Das Material, aus dem er besteht, ist ein fester Kunststoff, der sehr widerstandsfähig gegen Kratzer, Bisse und Abnutzung mit der Zeit ist. Er hat ein attraktives Design, das sich gut mit der Einrichtung Ihres Hauses kombinieren lässt. In die Hundehütte passen zwei Katzen, aber auch ein kleiner oder mittelgroßer Hund. Wenn Sie den Preis für dieses Produkt wissen möchten, klicken Sie auf den Link in der Beschreibung.